Ich finde, Sprachenlernen ist total bereichernd, weil man andere Kulturen irgendwie dadurch näher kennenlernt und weil man durch eine Sprache auch eine ganz andere Perspektive auf andere Länder bekommt. Ich finde, es macht einfach Spaß, auch andere Sprachstrukturen kennenzulernen und andere Grammatiken. Genau, und es macht einfach Spaß. Ich denke, dass die Sprachstrukturen kennenzulernen ist, dass man mit anderen Menschen kommunizieren kann. Ich spreche drei Sprachen sehr gut und zwei Sprachen etwas besser. Ich liebe es sehr viel, ich habe immer die Sprachstrukturen in der Schule. Und warum? Ich finde, es ist sehr gut. Es ist sehr einfach so, aber auch weil andere Kulturen sind sehr gut. Ich finde, es ist sehr gut, dass man mit vielen anderen Menschen kommunizieren kann. Ich liebe es sehr viel. Ich liebe es zu sprechen, aber ich spreche nur die Sprache, die ist wirklich für mich. Aber es ist cool, weil ich lernen, die Sprache und die Sprache zu lernen, weil es ist toll, sprachen zu können und zu verstehen und Sachen zu lesen. Man ist nicht ganz verloren, sagen wir es so. Ich liebe es, weil es so sehr gut ist, weil wir lernen, die Sprache zu lernen, die Sprache zu lernen und die Sprache zu lernen und wir werden uns von Universität. Warum kann ich mich gut kennen, die Kultur des Landes und die Sprache zu lernen? Ich habe mich immer sehr interessiert, weil ich die Sprache, dass die Sprache, dass wir eine andere Kultur geben. Das ist sehr schön. Ja, das Problem ist, dass ich nicht viel Zeit in meinem Leben spende, aber ja. A mi nunca se me ha dado bien, pero bueno, yo por trabajo y tal si que lo uso más y si que le he dedicado más tiempo. Es bastante, tra l'altro he estudiado el liceo lingüístico. Penso que es muy importante saber las lenguas, meterse en contacto con personas provenientes de todo el mundo, oltre del punto de vista laborativo.